Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, ich muss euch auch gleich sagen, ich habe letztes Mal Glück gehabt und zwar, wo ich mich noch so sehr aufgeregt habe, ähm, dass ich zweimal in der, ach diese Spinne, dass ich zweimal gestorben bin in der Höhle. Wir haben, äh, unsere Rüstung noch und unsere Spitzhacken, das heißt, wir können uns erneut in die Höhle begeben. Und ich will jetzt erstmal gucken, wo denn jetzt schon wieder diese blöde Spinne ist. Ist die etwa hier oben? Ich hoffe nicht. Nee, hier oben ist sie nicht. Äh, was wir uns noch machen werden, ist für die Höhle, und zwar einen Bogen und ein paar Pfeile würde ich mir gerne noch machen. Wenn das denn funktioniert, wenn ich dann so viel habe. Wo ist denn die Spinne? Spinne, zeig dich! Spinne, 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 wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hm, ich finde die Spinne nicht. Und Moment, ich muss mal kurz am Fernseher ein bisschen leiser stellen. So, weiter geht's. Wo ist denn jetzt hier? Ach, scheißegal, scheiß doch drauf. Ach, ich glaube, unseren Bogen haben wir verloren, oder? Letztes Mal in der Höhle. Äh, oder habe ich noch einen Bogen? Ein Goldschwert habe ich dabei. Toll. Ja, super. Äh, hier Bogen. Ist hier ein Bogen? Nee, hier ist auch kein Bogen. Ach, scheiße. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Habe ich vielleicht Cobblestones irgendwo? Damit ich mir ein paar Steine machen kann für... Ähm... Ach, Stein. Für unser... Lagerhaus dort hinten. Hm. Ach, scheiß doch drauf. Ich gehe jetzt einfach ohne Bogen in die Höhle. Ach, unser schöner Gartenteich. Und das Schwein geht planschen. Das wäre auch schön. Nun, was gibt es noch zu sagen? Ähm... Habe ich Fackeln dabei? Ich habe keine Fackeln dabei. Kann ich doch so nicht... Kann ich doch nicht in die Höhle gehen. Ich brauche Fackeln. Kohle hatten wir hier. Nehme ich einfach mal... 64 Stück mit. Und dann mache ich mir gleich mal ein paar Fackeln. Moment. So, 64 Stück sollte reichen. Brot habe ich auch dabei zum Essen. Drei Schwerter. Da kommen wir doch ganz gut aus. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich schon wieder sterben, wenn ich in die Höhle gehe. Moment. Das ist mir alles hier ein bisschen zu dunkel. Setze ich mal da eine Fackel hin. und hier und dort und hier kann ich auch noch mal eine hinsetzen. So. Jetzt muss ich überlegen, wo ging es denn da lang? Ähm... War das hier hinten? Ne, natürlich nicht. Ach, hier war das. Ach, eine Schaufel hätte ich mir noch mitnehmen können. Ach, egal. So, jetzt... Äh... Wo ging es jetzt da hier lang? Ich will endlich mal ein paar Diamanten finden. Denn ich habe eigentlich großes vor für die zweite Staffel. Wo ich noch nicht weiß, ab welcher Folge die dann laufen wird. Wahrscheinlich. Ich bin da überlegen, ob ich pro Staffel 100 Folgen mache. Oder 200. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Ich hatte jedenfalls vor, in der zweiten Staffel sofern wir dann bis dahin eine Diamantenspitzhacke haben und Obsidianen abgebaut haben, ähm... eine Neta-Staffel zu machen, in der wir uns im Neta ein bisschen ausbauen. Nur weiß ich noch nicht, ob wir da bis dahin die... Diamanten finden. Ich mache da einfach mal eine Fackel hin. Nicht, dass da was spawnt. Und jetzt gehen wir mal weiter. Da haben wir jedenfalls Obsidian. Das einzige, was fehlt, ist die Spitzhacke. Die Diamantenspitzhacke. Dafür brauche ich natürlich Diamanten. Ich laufe die ganze Zeit mit der Fackel rum. Ich sollte mal das Schwert ausrüsten. Hier hinten ist nichts. Äh... Ach, Kacke. Mann, das gibt's doch nicht. Diamanten, zeigt euch. Für die Skelette hätte ich ja gerne einen Bogen. Ach, guck mal an. Da ist Kohle, die nehme ich mal mit. Und... Ja... Ach, na super. Obwohl, den Kies können wir ja auch gebrauchen, wenn wir unseren Weg weiter ausbauen wollen. Und... Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir mal... Wenn wir eine komplette Neter-Staffel machen. Ob ihr... Ob das erwünscht ist oder nicht. Das kann ich ja selber schlecht beurteilen, weil ich ja hier bloß... Der bin, der spielt. Das müsst ihr mal schon sagen, was ihr haben wollt. Aber so eine Neter-Staffel fände ich jetzt mal persönlich war interessant. Und... Da kriegt man zusätzlich auch gleich noch ein paar Rohstoffe. Und mit den... Neter-Gesteinen, was es gibt, wollte ich mir ja auch gerne... Hier in der Oberwelt... Ich nenne es jetzt einfach mal Oberwelt. Ähm... Geht's da oben weiter? Ne, ich setz mal an der Fackel hin. Ähm... auch ein Gebäude aus Neter-Rack oder wie es auch immer genannt wird, bauen. Weiß noch nicht, wie gut das dann am Ende aussehen wird, aber das könnt ihr mir ja dann... Schreibt mir einfach mal, was ihr haben wollt. Also mein Vorschlag ist, für die zweite Staffel, ich weiß allerdings noch nicht, ab welcher Folge die ist, eine Neter-Staffel zu machen. Ich weiß nicht, ich hab mich jetzt bestimmt tausendmal wiederholt damit, aber ist jetzt auch egal. So. Ähm... Was wollte ich? Ach ja, Diamanten suchen. Nein! Bäh... Stirb! So, die Kohle nehme ich auch mit. Nein! Die Steine... Kohle brauchen wir auf jeden Fall ganz viel, damit wir unseren Lagerraum noch fertig kriegen. Kann ich da hier so... Ja. So. Kann ich die vielleicht... Ja, geschafft. So, dann... Stein dahin und hier... Weg da! Weg da! So. Ach, du heilige Scheiße. Hier ist doch schon wieder irgendwo ein Zombie. Ich hör dich doch! Wo bist du? Da, hier kann nichts runterkommen, außer eine Spinne. Hier sind wir doch neulich schon mal gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Das baue ich jetzt einfach mal so zu. Nicht, dass ich dann nochmal reinfalle. Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? So, vielleicht, oder? Oder... Eisen! Kann man natürlich gebrauchen, wenn ich mir meine S-Bahn oben bauen will. Wehe, es greift mich jetzt hier irgendwas an. Scheiße, es ist hier dunkel. Ich seh nichts. Kacke, wo geht's denn hier hin? Wo seid ihr? Bloß nicht da runterfallen. Wohohohohoho. Na. Na, komm her! So. Wo ist hier der Zombie? Der wird doch wohl nicht... Scheiße. Das Eisen nehme ich mir vorsichtshalber noch mit. So. Ach, da unten waren wir ja schon mal. So wie es aussieht. Na, so. Ach, ich hätte mir eine Schaufel mitnehmen sollen. Ach, ich hab doch da hinten... Da war doch ein Creeper. Ganz vorsichtig. Ähm. Hallo? Creepermann? Hallo? Hallo? Scheiße, ich will gar nicht weiter rein. Wo seid ihr? Ach! Na, jetzt. Mach schon. Scheiße. Puh. Also. Ähm. Ach, du Kacke. Wie soll ich denn da... Ich find hier doch niemals wieder raus. Wieso ist... Ich muss mal kurz gucken, warum da keine Musik ist. So. Bisschen fröhliche Musik. Wir sind hier am fröhlichen Eisenbazar und sammeln hier das Eisen ein. Und schauen mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen Kohle finden. Und die bösen Monster, die können mich allemal. Und das... Ja. Mir tut hier keiner was in der Höhle. Denn ich bin hier... Der Super-Minen-Bauer. Lalalalalala. Ach, scheiße. Das war voll aus dem Takt, aber egal. So, jetzt stehe ich hier bestimmt schon zwei Minuten rum und weiß nicht, was ich machen soll. Ähm. Scheiße. Nein. Action. Scheiße. Wie komm ich... Fuck. Sollte man demnächst mal gucken, wo ich hinlaufe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, ach, das gibt's doch nicht. Hier ist Kohle ohne Ende. So, hier ist nichts weiter. Dann nehme ich mir hier die Kohle mit. Und hoffe, dass ich mit so viel Rohstoffen im Sack... Ähm. Also dem Rucksack... Ähm. Wieder nach draußen finde. Aber ich will hier nicht ohne Diamanten rausgehen. Das kann ich doch nicht bringen. Mann. So. Scheiße. So, dann bauen wir hier wieder zu. Ach komm, da setze ich jetzt halt eine Fackel hin. So, das ist alles gut ausgeleuchtet. Und das Eisen hier noch. Bitte. So. Kann ich hier... Kann ich hier... Aha. Dann... Geh ich mal hier wieder zurück. Ach, da oben geht's auch noch weiter. Oder ist hier irgendwas... Oder ist hier irgendwas... Außer Kohle ist hier nichts. So, die nehmen wir natürlich mit. Und... Und... Ja. Ach ja, ich kann euch ja mal gerne sagen, was im Moment so alles aktuell auf meinem Kanal so los ist. Ähm. Für die, die neu eingeschaltet haben. Mein neuestes Projekt ist... Was ist mein neuestes Projekt? Ähm. Dieses Let's History... Toy Soldiers. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon mal angeschaut habt. Könnt ihr ja mal reinschauen. Das ist sozusagen... Da wird der erste Weltkrieg... Ähm. Mit Spielzeugfiguren... Spielzeugsoldaten dargestellt. Und ich gebe dazu halt meinen Senf dazu. Was ich noch so aus der Geschichte weiß. Und... Ja. Schaut einfach mal rein. So.